In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man eine Differenzialgleichung durch Separation oder Trennung der Variablen lösen kann. Von Schwierigkeitsgrad wäre das eine einfache Aufgabe. Bevor wir loslegen, noch einen kleinen Hinweis. Hier handelt es sich um eine Beispielaufgabe, deshalb gehe ich davon aus, dass gewisse Grundlagen zu diesem Thema bereits vorhanden sind. Trotzdem werde ich die Aufgabe schrittweise lösen, so dass keiner die Übersicht verliert. Weitere Beispielaufgaben findet ihr am Ende dieses Videos im Abspann. Also, die Aufgabenstellung möchte von uns, dass wir die allgemeine Lösung dieser Differenzialgleichung bestimmen. Der erste Schritt wäre natürlich, die allgemeine Gleichung aufzustellen. Damit ist gemeint, die saubere Form für diese Differenzialgleichung. Die habe ich zur Erinnerung nochmal hier rechts eingeblendet. Das bedeutet, wir schnappen uns unsere Gleichung von oben, die gegeben ist. Also, dieser y mal y' minus e hoch 2x. Und müssen diese Gleichung so umformen, dass sie am Ende wie auf der rechten Seite aussieht. Das heißt, zuerst bringen wir natürlich dieses e hoch 2x rüber mit plus e hoch 2x. Dann haben wir y mal y' sind gleich e hoch 2x. Und im letzten Schritt teilen wir natürlich durch y. Das können wir am schönsten auf diese Weise darstellen. 1 durch y mal e hoch 2x. Dann, zu dieser Form, können wir auch eine andere Schreibweise benutzen. Und zwar die nächste. Also, praktisch wird aus y' dy durch dx. Und das schreibe ich jetzt nochmal hier an der Seite. Das werden wir dann gleich brauchen, um die Trennung der Variablen, beziehungsweise die Separation durchzuführen. Also, wir haben dann dy durch dx ist für uns entsprechend 1 durch y mal e hoch 2x. Im zweiten Schrift werden wir diesen Term übernehmen, was wir oben gerade gebildet haben. Und die Variablen trennen, beziehungsweise separieren durch Umformen. Ich habe ihn jetzt nochmal links abgebildet. Das bedeutet praktisch, wir müssen so weit umformen, dass die Gleichung wie auf der rechten Seite jetzt aussieht. Also, alle Terme mit y auf einer Seite, alle mit x auf der anderen Seite. Entsprechend können wir dann diese Gleichung einmal mit y durchmultiplizieren. Damit wandert das y auf der linken Seite. Und gleichzeitig nochmal mit dx. Sehr vereinfacht gesehen. Damit wandert das dx auf der rechten Seite. Entsprechend haben wir am Ende nur noch y dy. Und das ist das gleiche wie e hoch 2x dx. Und damit ist die Trennung der Variablen erfolgt. Im nächsten Schritt schnappen wir uns diese Formel, die wir gerade gebildet haben, und integrieren sie auf beide Seiten, so wie rechts angedeutet mit dem allgemeinen Ansatz. Also, auf beide Seiten kommt dann entsprechend ein Integralzeichen. Das würde wir haben einmal hier. Da müssen wir auf der linken Seite nach y integrieren oder die Stammfunktion bilden. Und auf der rechten Seite müssen wir nach x integrieren bzw. die Stammfunktion bilden. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite einfach ein Halb y Quadrat plus irgendeine Konstante, ich nenne sie jetzt mal allgemein c1, ist gleich. Und auf der rechten Seite, die e-Funktion integriert, lautet 1 Halb e hoch 2x plus eine andere Konstante c2. Und im vierten und letzten Schritt müssen wir diese Gleichung, die wir gerade gebildet haben, nach y umformen. Damit hätten wir dann die allgemeine Lösung bestimmt. Das machen wir jetzt auch. Also, wir betrachten hier die Gleichung. In der ersten Reihe würde ich die Konstante c1 auf der anderen Seite bringen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen mit dieser Konstanten. Die müsst ihr am Ende normalerweise zu einer sogenannten Gesamtkonstante zusammenfassen. Das heißt, wenn ich c1 rüberbringe, habe ich auf der linken Seite nur noch ein Halb y Quadrat. Und auf der rechten Seite steht dann 1 Halb e hoch 2x plus. Und jetzt fassen wir diese Konstanten zusammen. Also, c2 minus c1 ergibt eine neue Konstante und die bezeichne ich jetzt als c3. Im nächsten Schritt muss natürlich dieser 1 Halb vor den y hoch 2 weg. Und das kriegen wir am elegantesten weg, indem wir einfach die ganze Gleichung mal 2 nehmen. Also, mit dem Kehrwert von 1 Halb durchmultiplizieren. Und entsprechend haben wir dann y Quadrat ist gleich. Bei der e-Funktion, wenn ich 1 Halb mal 2 nehme, bleibt natürlich nur noch 1. Also, kurz gesagt, 1 mal e hoch 2x sind e hoch 2x. Und wenn ich die Konstante mal 2 nehme, dann verändert sie sich, aber es bleibt trotzdem noch eine Konstante. Deshalb bezeichnen wir das jetzt als vierte Konstante oder einfach nur c, weil sich diese Konstante weiter hier nicht mehr verändern wird. Und im letzten Schritt ziehen wir nur noch die Wurzel, damit y alleine auf der linken Seite stehen bleibt. Also, hier einfach Wurzel ziehen und damit haben wir y ist gleich plus minus Wurzel aus dem ganzen Term auf der rechten Seite. Also, aus e hoch 2x plus c. Und das wäre dann die allgemeine Lösung, beziehungsweise in diesem Fall die allgemeinen Lösungen. Es gibt ja, wie ihr seht, wegen dem plus minus zwei Lösungen für diese Differentialgleichung. Eine kleine Bemerkung noch an dieser Stelle. Sehr oft kann passieren, dass ein Anfangsproblem vorliegt. Und das bedeutet, ihr nutzt dann diese gegebenen Bedingungen, um die Lösung der Differentialgleichung vollständig zu bestimmen. Also, auch einen passenden Wert für c zu bestimmen. Das ist hier nicht der Fall, kann aber bei vielen Differentialgleichungen vorkommen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich, damit dieses Thema sitzt, ist es empfehlenswert, euch noch weitere Beispielaufgaben zu dieser Methode anzuschauen. Außerdem gibt es natürlich noch weitere Methoden, Differentialgleichungen zu lösen, unter anderem durch Substitution. Es gibt auch Bernoulli-Differentialgleichungen oder Differentialgleichung-Systeme mit reellen und komplexen Eigenwerte. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr jetzt gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.